Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant öffnen. Im Iran isst man kein Schwein. Ich brauche kein Schweinefleisch. Ich kann alles zubereiten. Hammel, Kalb, Fisch. Mit zwölf Jahren habe ich als Küchenjunge angefangen. Zehn Jahre später war ich Chefkoch. Chefkoch. In einem Restaurant, das jeden Abend 150 Gäste bewirtete. Farsi ist eine schwere Sprache, Herr Hauptstammführer. Gewiss. Deshalb habe ich mir einen Plan überlegt. Vier Wörter am Tag, das sind 24 Wörter in der Woche, 96 Wörter pro Monat und 1.152 Wörter im Jahr. Der Krieg dauert mindestens noch zwei Jahre. Das heißt, bis Kriegsende habe ich einen Wortschatz von über 2.000 Wörtern. Mit Schreiben und Lesen will ich mich nicht beschäftigen. Ich möchte nur sprechen lernen. Verstanden? Ja, Herr Hauptstammführer. Und noch etwas. Wie du bereits bemerkt hast, bin ich ein gutmütiger Mensch. Aber ich lasse mich nicht zum Narren halten. Solltest du nicht der sein, für den du dich ausgibst, dann finde ich das heraus und töte dich. Hast du das verstanden? Verstanden, Herr Hauptstammführer. Und hör auf, nach jedem Satz, Herr Hauptstammführer zu sagen. Ja, voll. Ja, voll.